Hallo und willkommen zu einem weiteren Elden Ring Video. Ich habe wieder mal einen Konvoi gefunden, der läuft da vor uns. Diesmal im Altus Plateau oder auf dem Altus Plateau. Und zwar hier ist der große Aufzug von Dektus. Hier rechts geht es zur Hauptstadt, denke ich, bin mir nicht ganz sicher. Und ganz hier oben auf diesem letzten Stück von dieser kaputten Brücke gibt es unter der Brücke einen Gnadenpunkt. Da stehe ich. Da. Und hier, hier auf dieser Straße läuft der Konvoi. Machen wir ihn mal fertig. Wir wollen wissen, was er bei sich hat. Oh, was ist denn das große da? Ach so, Werner. Uh. Oh, Alter. Jetzt bin ich in die Ruhe. Hm. Ich möchte nur den großen besiegen. Ah. Ah. So, jetzt nur der Schild und der Metallkopf, Mann. und nur noch Metallkopf, Mann. Helm, Helm, Helm. Ah. Refugium stein. Oh, da hat was gedroppt. Refugium stein. Vergoldete Fußsoldaten kaputt. Oh, was ist denn hier mit ihm? Der kommt noch angerannt. Ah, prägt mich auch oben schnell. So kam der angerannt. Okay. Ah. Trifft doch mal einen Schlag. So, jetzt noch die zwei Riesen. Oh nein, da ist noch eine kleine Gruppe. Die müssen wir... Oh, noch eine kleine Gruppe. Ich möchte dann keine Überraschung. Ah, den Sprung kann man wirklich gut ausnutzen. Scheiße. Und dann? Das war's. Er hat aber schnell reagiert, ey. Komm, auf die Knie. Jawohl. So wird es gemacht. Was gibt es zu holen? Großsterne. Großsterne. Stachelkeule aus. So kurz euer Gleichgewicht zu stärken. Während ihr dieses Talent verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Das ist nicht schlecht. Achso, was skaliert das ganze Ding? D, D. Löst aber Bluten aus. Wow. Sexy. Nein. Das ist halt nicht abgegradet, deswegen immer blöd. So was auszutesten. Ach, das ist behorren. Die ist gar nicht mal so langsam. Nicht schlecht. Konnte man sie direkt an lebenden Objekt testen? Das war's für den Konvoi. Wo bin ich denn hier? Was gibt es denn hier unten? Ich muss mal schnell schauen, da steht ein Wagen. Den könnte man noch glatt mitnehmen. Für das Video. Was? Keine Schadstruhe. Okay. Aber Moment. Vielleicht hat hier einfach nur jemand geklaut. Zum Beispiel der. Verrückte, goldene Kopfmann hier vorne. Und jetzt gebt ihr mir noch den Helm dazu, ne? Befrugiumstein, Mann. Irgendwas gibt es hier? Schotterstein. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das zu erkunden. Immer noch keine Waffe. Dachte ich auch gerade, dass der es mit ihr genommen hat. Ein Versuch war es wert. Die Ausbeute war nicht sonderlich gut. Aber direkt mit in dem Video aufgenommen. So, das war's dann. Wenn es euch geholfen oder gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Das würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Elden Ring Video. Wieder haut rein. Ciao, ciao.